Willkommen zu dieser Veranstaltung, leider nur online, Eurozone am Scheideweg. Folgt der Schuldenkrise die politische Krise? Ich sitze geografisch sozusagen in der Mitte. Ich sehe, wir haben einen Teilnehmer aus Straßburg auf der einen Seite im Westen, den Professor Philipp Nuss, auf der anderen Seite Teilnehmer aus Tschernowitz. Und wie die alten Geografen noch wissen, liegt ja Wien in der Mitte in etwa von den Distanzen her. Ich freue mich auf, dass Dr. Paul Rübig da ist, immeriger Europaparlamentarier. Servus, Paul. Es ist das eine Veranstaltungsreihe, die wir begonnen haben nach der Rede zur Zukunft Europas, die Karl von Habsack zu seinem 60. Geburtstag am 11. Jänner gehalten hat. Es hat bereits eine Veranstaltung im Rahmen dieser Reihe stattgefunden. Es werden noch Veranstaltungen im Rahmen dieser Reihe stattfinden. Karl von Habsack hat in dieser Rede einerseits das ursprüngliche Konzept zur europäischen Einigung, den Pan-Europa-Ansatz von Richard Kudofi-Kalergi interpretiert und die Grundprinzipien der europäischen Identität unterstrichen, hat aber auf der anderen Seite auch zwei ganz konkrete Vorschläge für notwendige Reformen in der Europäischen Union gemacht. Das eine ist die Forderung nach einer tatsächlich europäischen Außenpolitik. Das zweite ist ein Vorschlag zu einer Entschuldigung der Eurozone. Mit dem Aspekt wollen wir uns heute auch befassen. Dazu ist es uns gelungen, drei Experten für die Diskussion zu gewinnen. Norbert Toferl. Er ist seit 2014 Senior Research Analyst des Flossbach-von-Storch-Research-Institut im Bereich makroökonomische Analyse mit der Ausrichtung Economics, Politics and Philosophy. Er beschäftigt sich seit mehreren Jahren mit der Privat- und Kryptowährung und hatte bereits kurz nach der Finanzkrise im Juni 2009 zusammen mit Thorsten Bolleit, Michael von Prolius und Frank Schäffer in der FAZ einen Beitrag geschrieben Überwindung der Krise durch gutes Geld, in dem dieser Privatwährungsansatz von Heike noch einmal in die Debatte eingebracht wurde. Norbert Toferl war von 2008 bis 2013 wissenschaftlicher Mitarbeiter bei Frank Schäffer im Deutschen Bundestag, 2004 bis 2011 Lehrbeauftragter für die Vorlesung Recht und Freiheit in Europa, der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt an der Oder, im Studiengang Master in International Management. Er ist Mitglied im Expertenpool der Bundesregierung, der Deutschen Bundesregierung für internationale Friedenseinsätze und hat als internationaler Wahlbeobachter an verschiedenen OSZD-Wahlbeobachtungen teilgenommen. Studiert hat er Betriebswirtschaftslehre und Philosophie an den Universitäten in Paderborn und Tübingen. Er ist außerdem Gründungsmitglied und Initiator des Lord-Eckton-Kreises und war von 2015 bis 2017 auch Vizepräsident des Austrian Institute of Economics und Social Philosophy in Wien, also hat auch einen Wiener Bezug. Als zweites darf ich begrüßen Frau Dozentin Monika Köppelturiner, sie ist Direktorin bei ECO Austria, Institut für Wirtschaftsforschung. Sie war unter anderem am Lisbon University Institut tätig, bei der Agenda Austria. Sie ist Universitätslektorin an der Wirtschaftsuniversität Wien. Im Sommer des Vorjahres hat sie sich an der Johannes-Kepler-Universität in Linz habilitiert und laut einem Ranking von Presse Frankfurter Allgemeine Zeitung und Neue Zürcher Zeitung gehört sie zu den zwölf einflussreichsten Ökonominnen in Österreich. Herzlich willkommen, danke für die Zusage. Die Agenda Austria habe ich schon erwähnt. Dort ist Heike Lehner tätig. Sie ist dankenswerterweise eingesprungen für einen Kollegen, der noch in den älteren Versionen des Programms steht, Nikolaus Hielich. Heike Lehner hat, so wie die anderen zwei Panelisten, ebenfalls eine ökonomische Ausbildung absolviert in St. Gallen und in Wien. Seit einem Jahr ist sie bei der Agenda Austria für Geldpolitik tätig und zuständig. Herzlichen Dank für die Zusage, dass Sie heute mit dabei sind. Wie wird nun der Ablauf dieser Veranstaltung sein? Wir beginnen mit einem kurzen Ausschnitt aus der Rede zur Zukunft Europas, in dem nämlich genau mit der Außenpolitik beginnend dieser Vorschlag zur Entschuldung, – da habe ich es richtig gesagt und mich nicht entschuldigt – zur Entschuldung der Eurozone dargelegt wird. Danach werde ich die drei Panelisten mit konkreten Fragen zu Wort bitten. Und wir werden dann in einem zweiten Teil eine Diskussion unter den Panelisten durchführen. Im dritten Teil soll es aber selbstverständlich auch die Möglichkeit für die anderen Gäste geben, Fragen zu stellen und Anmerkungen zu machen. Es besteht jetzt schon die Möglichkeit, entweder über den Chat oder über die Funktion Fragen und Antworten eben Fragen oder Anmerkungen zu formulieren. So, jetzt muss es mir gelingen, den Bildschirm freizugeben. Und wenn mir das gelungen ist, dann sollten Sie jetzt diesen Ausschnitt aus der Rede hören. Gerade in dieser außen- und sicherheitspolitischen Frage braucht es eine europäische Souveränität. Souveränität bedeutet im konkreten Fall die Fähigkeit zu handeln und zu gestalten. Europäische Politik würde hier vom Potenzial einen eindeutigen Mehrwert gegenüber einer reinen Nationalstaatspolitik bringen. Um es weiter zu präzisieren, die Europäische Union braucht eine europäische Außenpolitik. Europäische Außenpolitik bedeutet nicht Koordinierung der Außenpolitik von 27 Mitgliedsländern durch den hohen Vertreter für die gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik, der gleichzeitig auch einer der Vizepräsidenten der Europäischen Kommission ist und wo einzelne Länder beispielsweise bei wichtigen Fragen wie der Menschenrechtspolitik in China eine europäische Stellungnahme blockieren können, sondern ein EU-Außenministerium mit einem Außenminister oder einer Außenministerin an der Spitze. Dazu brauchen wir einen Kern einer europäischen Verfassung, in der genau diese außenpolitische Kompetenz für die Europäische Union festgeschrieben wird. Ein Punkt übrigens, der auch allen Anforderungen der Subsidiarität entsprechen würde. Dass dieser Schritt nicht so einfach sein wird, muss uns allen klar sein. Es wird noch viel Überzeugungsarbeit brauchen, um Europa tatsächlich außenpolitisch aufstellen zu können und es wird notwendig sein, eines der größten Hindernisse für eine Einstimmigkeit in der Frage zu erzielen. Und dieses Hindernis ist die Schuldenfrage der öffentlichen Haushalte. Vielleicht ist der Zusammenhang auf den ersten Blick nicht so klar. Aber wenn wir die immer wiederkehrenden Auseinandersetzungen um Budget, Fonds oder zuletzt auch die Auseinandersetzungen um einen Rechtsstaatlichkeitsmechanismus und Blockaden dazu betrachten, dann ist klar, dass die Frage der Haushalte immer wieder eingesetzt werden kann, um Fortschritte in Einzelbereichen zu blockieren. Man denke auch an das Gespött über die sogenannten frugalen Vier bei den Budgetverhandlungen im Vorjahr. Auch jene Länder in der EU, die nicht der Eurozone angehören, sind über den Fiskalpakt und die Fragen des EU-Haushaltes mit den Entscheidungen über die finanzielle Zukunft der EU verbunden. Wenn es ums Geld geht, ist immer viel Sprengkraft vorhanden. Ein ungeregeltes Auseinanderbrechen der Eurozone würde wohl die Funktionsweise der gesamten EU massiv beeinträchtigen, wenn nicht sogar ihr Ende bedeuten. Eine Gefahr, die man aufgrund der geopolitischen Herausforderungen auf gar keinen Fall auf die leichte Schulter nehmen sollte. Meine Damen und Herren, wir müssen deshalb ganz konkrete Schritte einer Entschuldung der Eurozone überlegen und vorbereiten. Der Fiskalpakt, der zu einem Abbau der Schuldenlast hätte führen sollen, ist gescheitert. Trotz gesetzlich festgelegter Schuldenbremsen haben viele europäische Länder höhere Schulden gemacht. Mit der Corona-Krise ist diese Lage noch schlimmer geworden. Die EZB konterkariert mit ihrer Politik den Abbau der Schulden. Das betrifft sowohl die Nullzinspolitik als auch den Ankauf von Staatsanleihen. Damit werden keine Anreize zum Abbau von Schulden gesetzt. Im Gegenteil, eine höhere Verschuldung wird attraktiv. Ein sich auf dem Markt freibildender Zins aber ist notwendig, um eine freie Wirtschaft möglich zu machen. Kann sich der Zins nicht frei bilden, wird die Marktwirtschaft immer mehr Bereichen der Wirtschaft ausgehebelt und verkommt zu einer politisch gelenkten Staatswirtschaft. Ein Szenario, von dem vielleicht sozialistische, planwirtschaftliche Ideologen träumen, das aber garantiert nicht im Interesse eines Europas der Freiheit ist. Drei Schritte sind aus meiner Sicht notwendig, um eine Entschuldung der Eurozone durchzuführen und danach wieder ein gesundes Wirtschaftssystem zuzulassen. Drei Schritte bedeuten, dass diese drei Schritte auch tatsächlich als Gesamtkonzept umgesetzt werden. Erstens sollte die EZB die Staatsschulden der Euro-Länder auf ihre Bilanz nehmen. Zweitens müsste sie den Bürgern der Eurozone eine sichere Bankeinlage durch Volldeckung mit Zentralbankgeld ermöglichen, sowie einen digitalen Euro als Vollgeld schaffen. Und drittens muss durch die Zulassung von konkurrierenden Privatwährungen marktwirtschaftlicher Abwanderungsdruck erzeugt werden, der den Euro durch die praktische Möglichkeit, aus ihm auszuwandern, stabilisiert. Der erste Schritt wurde, wenn auch nicht in vollem Umfang, bereits von der EZB durch ihre Anleihekaufprogramm begonnen. In dem Augenblick, wo er in vollem Umfang umgesetzt wird, ist der größte Spaltbild in der EU, die Staatsverschuldung, mit einem Schlag beseitigt. Die anderen beiden Schritte sind notwendig, um den Übergang zu einer marktwirtschaftlichen Geldordnung möglich zu machen. Banken können dann ohne Probleme in Konkurs gehen, weil Bankeinlagen durch das Zentralbankgeld nicht untergehen. Der jeweilige Bankkunde muss nur der Abwicklungsbehörde mitteilen, auf welche andere Bank seine Einlagen übertragen werden sollen. Wichtig in diesem Konzept ist die Umsetzung aller drei Punkte, wobei zu beachten ist, dass digitaler Euro nicht gleich digitaler Euro ist. Ideen für einen digitalen Euro wurden auch schon in Publikationen von EZB-Mitarbeitern präsentiert und werden seit Oktober von der EZB intern getestet. Diese Konzepte zielen jedoch nicht auf die Transformation unseres fragilen Geld- und Bankensystems hin zu einer marktwirtschaftlichen Geldordnung, sondern sollen im Gegenteil das bestehende, fragile Geldsystem erhalten. Die Digitalisierung wird hier nicht genutzt, um Probleme zu lösen, sondern um Probleme weiter zu verschleppen. Ein solches digitales Zentralbankgeld wäre de facto nichts anderes als der Einstieg in die Abschaffung von Bargeld. Bargeld allerdings ist gelebte Freiheit. Ein solches Konzept würde vielleicht nach China passen, wo dann eine zentrale Behörde nach irgendwelchen Social Credit Punkten festlegt, wer was kaufen darf oder überhaupt etwas kaufen darf oder nicht. Dieses totalitäre Konzept wird durch die Zulassung von konkurrierenden Privatwährungen, wie beispielsweise Kryptowährungen, verhindert. Ach, wie schrecklich hat ein Flüchtiger Bekannter als Reaktion auf diese Rede geschrieben. Jetzt ist er auch schon für den digitalen Euro und der digitale Euro bedeutet doch, dass das Bargeld abgeschafft wird und damit wird die Freiheit abgeschafft. Norbert, jetzt muss ich das noch ergänzen, Norbert und Toffler, wir kennen einander seit vielen Jahren, sind einander freundschaftlich verbunden, deswegen dürfen wir auch so du zueinander sagen und das werden wir natürlich auch bei dieser Veranstaltung machen. Norbert, du hast selbst zu diesem Thema doch einiges publiziert. Ich werde mir dann auch erlauben, während du sprichst, in den Chat ein paar Links zu den Artikeln von dir zustellen, sodass das jeder nachlesen kann. Was ist denn der Unterschied zwischen dem digitalen Euro, wie ihn die EZB momentan auch schon testet und dem digitalen Euro, wie ihn Karl von Habsack hier in dieser Rede vorgeschlagen hat? Vielen Dank für die Einladung. Du hattest mir gesagt, ich muss mein Video ausschalten, damit ich besser zu verstehen bin, was ich jetzt tun werde. Nun, digitaler Euro ist in der Tat nicht gleich digitaler Euro. Und der digitale Euro, den die EZB zurzeit intern testet, ist in der Tat das genaue Gegenteil des digitalen Euros, von dem Karl von Habsack in seiner Rede gesprochen hat. Denn der digitale Euro à la EZB soll gerade nicht die ultralockere und unkonventionelle Geldpolitik der EZB beenden oder auch nur zurückdrängen. Durch den digitalen Euro à la EZB soll keine Geldsystemreform eingeleitet werden und es soll keine ordnungspolitische Stabilisierung des Euro durch Privatwährungswettbewerb ermöglicht werden. Im Gegenteil, durch den digitalen Euro à la EZB soll all dies verhindert werden. Denn das Konzept der EZB für einen digitalen Euro verfolgt das Ziel, die Emittierung von digitalem Zentralbankgeld so zu steuern, jetzt zitiere ich direkt, aber übersetze aus einem englischen Text, dass die bestehende Währungsordnung nicht dadurch infrage gestellt wird, dass digitales Zentralbankgeld zu einer wichtigen Form der Wertaufbewahrung für die Bürger wird. Ich wiederhole, es soll digitales Zentralbankgeld so gesteuert werden, dass die bestehende Währungsordnung nicht dadurch infrage gestellt wird, dass digitales Zentralbankgeld zu einer wichtigen Form der Wertaufbewahrung für die Bürger wird. Und dieses Konzept, das die EZB gerade intern testet, hat ihr Generaldirektor für Marktinfrastrukturen Ulrich Bintsein im Januar 2020 vorgelegt. Und dieses Konzept lässt sich mit vier Punkten skizzieren. Erstens, Geld soll weiterhin durch Kreditvergabe erzeugt werden. Es findet also keine Geldsystemreform statt. Geld soll also weiterhin durch Kreditvergabe der Geschäftsbanken erzeugt werden und nicht durch eine Geldreform, durch Vollgeld oder andere Möglichkeiten. Zweitens, der Nutzer soll dieses Geld aber nicht nur in Zentralbankgeld in der Form von Bargeld umtauschen können, sondern auch in digitales Zentralbankgeld tauschen. Also, es soll zukünftig zwei Formen von Zentralbankgeld geben, nämlich Bargeld und digitales Zentralbankgeld. Wie lange es dann diese beiden Formen geben wird, müssen wir mal diskutieren. Drittens, zu diesem Zweck soll jedem Bürger bzw. jedem Haushalt der Eurozone direkt bei der Zentralbank ein eigenes Einlagenkonto eingerichtet werden. Das heißt, die Anzahl der Einlagenkonten bei der EZB steigt von ca. 10.000 auf 300 bis 500 Millionen Konten an. Diese 10.000 Konten bei der EZB sind zurzeit Konten von Geschäftsbanken, aber auch nicht von allen Geschäftsbanken. Wie gesagt, das würde von 10.000 Konten auf 300 bis 500 Millionen Konten ansteigen. Viertens, und jetzt kommt der ganz entscheidende Punkt. Um nun zu verhindern, dass das digitale Zentralbankgeld zur Wertaufbewahrung verwendet wird, um also zu verhindern, dass die Bürger ihre Ersparnisse bei den Geschäftsbanken abziehen etc., schlägt BINSAI nun eine gestapelte Vergütung für die Einlagen aus digitalem Zentralbankgeld vor. In der Stufe 1 soll bis zu einer Höhe von 3.000 Euro die Vergütung in der Höhe der Überschussreserven, die die Banken auch über Nacht bei der EZB parken, entsprechen. Wobei es eine Untergrenze von Null gibt. Zurzeit betritt diese Vergütung für die Überschussreserven minus 0,5 %. Zurzeit würde man also auf die ersten 3.000 Euro 0 % Zinsen bekommen. In der zweiten Stufe, also ab einer Höhe von 3.000 Euro bis Ultimo, soll die Vergütung zwei Prozentpunkte unterhalb der Vergütung für die Überschussreserven liegen. Wobei eine Obergrenze von Null gilt. Das heißt, zurzeit würde diese Verzinsung minus 2,5 % betragen. Und selbst wenn wir einen Überschussreservesatz von, sagen wir mal, 1 oder 2 % hätten, würde ich, da es eine Obergrenze von Null gibt, eben für alles ab 3.000 Euro nur eine Vergütung von 0 % Zinsen bekommen. Zurzeit aber eben minus 2,5 %. Die Stufe 2 dient also ausdrücklich der Disinzentivierung. Das heißt, das digitale Zentralbankgeld muss von vornherein unattraktiv sein für die Wertaufbewahrung der normalen Bürger. Das heißt aber, dass das digitale Zentralbankgeld à la EZB von vornherein so schlecht sein soll, sodass kein heilsamer Zwang zu einer Beendigung der ökonomischen Problemversteckung der letzten Jahrzehnte entsteht. Das heißt, dass das Zentralbankgeld à la EZB von vornherein so schlecht sein soll, dass es sich für eine Entschuldung der Eurozone nicht eignet. Das heißt, dass das digitale Zentralbankgeld à la EZB letztlich nur dazu taugt, die Einschränkung vom Bargeld zu betreiben und zu einer stärkeren Kontrolle von Zahlungsbeziehungen übergehen. Das heißt also in der Summe, dass das digitale Zentralbankgeld à la EZB das genaue Gegenteil des digitalen Geldes ist, von dem Karl von Habsburg in seiner Rede gesprochen hat. Denn das digitale Zentralbankgeld, von dem Karl von Habsburg in seiner Rede gesprochen hat, beruht konzeptionell darauf, dass die Vermehrung dieses digitalen Geldes an einen Algorithmus geknüpft ist, beispielsweise des Potenzialwachstums im Sinne von Milton Friedman, dass also unabhängig von politischen Manipulationen die Geldmengen nur in Höhe des Potenzialwachstums der Wirtschaft steigt. Da es um einen Systemwechsel hin zu einem Vollgeldsystem ist, kann es auch nicht, in dieses Geldmengenkonzept auch nicht unterspült werden durch die Geld- und Kreditschöpfung der derzeitigen Geschäftsbanken. Also wir kommen zu der alten Idee von Milton Friedman, der schon in den 70er Jahren gesehen hat, dass ein Geldmengenziel durch ein Kreditgeldsystem, wie wir es haben, vollkommen konterkariert wird. Also um es kurz zu machen, das digitale Zentralbankgeld à la EZB ist das Gegenteil von dem digitalen Geld aus der Rede von Karl von Habsburg. Wichtig ist also deshalb immer zu unterscheiden, von was für einem Konzept ist die Rede. Also digitaler Euro ist nicht gleich digitaler Euro. Danke Norbert, das war jetzt, glaube ich, ziemlich kräftiges Futter für eine folgende Diskussion. Ich darf gleich überleiten zu Frau Dozentin Köppel-Turiner und sage einmal so, ich bin jetzt schon so alt, so lange auf der Welt, dass ich mich dann noch daran erinnern kann, als der Euro geschaffen wurde und dass man damals die sogenannten Maastricht-Kriterien erfunden hat, die eigentlich eine solide Geldpolitik bringen sollten und die Schulden eingrenzen sollten. Spätestens mit der sogenannten Euro-Krise war das vorbei. Jetzt mit den Corona-Maßnahmen hat man ja oft den Eindruck, dass Geld de facto unbegrenzt zur Verfügung steckt. Wie schlimm ist denn die Verschuldung der Eurozone tatsächlich aus Ihrer Sicht? Vielen Dank. Schlimm? Nein, Sie haben natürlich recht, also in der Konstruktion war das alles auf Papier gut und schön mit dem Aastricht-Kriterien, die die öffentliche Verschuldung auf 60 Prozent des Pieps begrenzen beziehungsweise die jährlichen Defizite auf drei Prozent. Spätestens in der Euro-Krise haben wir diese Instrumente verbessert und ausgeweicht und eigentlich gibt es keinen, würde ich mal sagen, glaubwürdigen Mechanismus, dass man zurück zu diesen Regeln wirklich kehrt. Jetzt in der Corona-Krise würde das natürlich weiter ausgeweitet durch den massiven Ankauf an Staatsanleihen vor allem die Konjunkturpakete finanzieren sollen. Ich werde die geldpolitische Diskussion vielleicht der Kollegin Lena überlassen. Ich fokussiere mich hier und der real wirtschaftliche Frage quasi, warum es grundsätzlich keine gute Idee ist. Also erstens, wir hören immer wieder, dass die hohen Schuldenstände kein großes Problem sind, weil die Zinsen derzeit so niedrig sind. Deswegen können wir uns eigentlich leisten, weiter hier diese Schulden zu machen. Also das ist nicht wirklich so. Also es ist tatsächlich so, dass es in gewissen Massen die Tragbarkeit der Schulden noch gegeben ist. Aber ich verweise auf die Reaktion der Finanzmärkte Anfang des Jahres, wo die Corona-Krise ausgebrochen ist, Anfang letztes Jahr, das meine ich, wo die Corona-Krise ausgebrochen ist. Da haben wir schon sehr starke Anzeichen dafür, dass die Finanzmärkte sehr unterschiedlich reagiert haben, in dem, wie sich die Spreads von den quasi deutschen Zinsen entwickelt haben. Und wir sehen eine ziemlich starke positive Korrelation des Spreads letztes Jahr im Frühling mit der Verschuldung der Länder. Das heißt, die Länder, die bereits vorher stärker verschuldet waren, haben auch einen ziemlich signifikanten Anstieg des Spreads gesehen. Das heißt, es ist nicht so, dass die Kapitalmärkte nicht merken, dass die Länder hoch verschuldet sind. Also das heißt, jetzt ist die Schuldtragbarkeit gegeben, aber es ist nur die Frage der Zeit, bis sie sozusagen nicht gegeben ist. Wir haben leider keine so belegbaren Zahlen, wo wir sagen können, ab 90 Prozent oder ab 120 Prozent ist die Verschuldung nicht mehr tragbar. Aber es gibt jedenfalls eine Grenze, wo das tatsächlich dann der Fall ist. Es gibt diese sehr berühmte Studie vom Reinhardt und Frau Gauf, die diese Grenze so etwa bei 90 bis 100 Prozent beziffert hat. Die wird viel zitiert. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass es eine gewisse Zahl gibt, aber dass es diesen umgekehrten U-Zusammenhang gibt, dass ab einer gewissen Schuldengröße die Tragbarkeit nicht mehr gegeben ist und negativer Effekte eintreten, das ist ziemlich, ziemlich sicher. Zweiter realwirtschaftlicher Effekt dieser Schulden ist die sogenannte Summifizierung. Also wir haben immer wieder mehr Belege dafür, dass diese lange Niedrigzinspolitik der ZB seit der Europakrise zur sogenannten Summifizierung beigetragen hat. Das ist eine Situation, in der Unternehmen am Leben erhalten werden, die eigentlich nicht mehr wirtschaftlich überlebensfähig wären, hätte es eben diesen Niedrigzins ja nicht gegeben. Und das ist besonders der Fall in einem Umfeld, wo Banken eben schwach sind sozusagen und sie wollen diese Buchwerte der Unternehmen nicht abschreiben, sondern verspeisen sozusagen die Unternehmen weiterhin mit billigen Krediten und da eben die Verzinsung so Niedrig ist, geht das einfacher. Also es gibt immer wieder mehr an der Literatur, die ist noch nicht so groß, aber es gibt immer wieder mehr an der Literatur, die diesen Phänomen beobachtet. Das ist immer eine Frage der Definition, wie wir diese Unternehmen definieren. Normalerweise gehen wir hier von Unternehmen davon aus, deren aktiven Wert niedriger ist als die Fremdkapital oder dass sie über mehrere Jahre hinaus negative Eigenkapitalquoten haben und dann trotzdem weiter irgendwie überleben und weiterhin mit Krediten gefütten werden. Warum ist das nicht gut? Weil es auch, wie der Karl von Hartzburg in der Rede gesagt hat, eine gewisse Strukturanpassung immer notwendig ist in einer Wirtschaft und diese Infizierung bindet Ressourcen in Unternehmen, die eigentlich keine Zukunft mehr haben und die bindet nicht nur die Ressourcen der Banken, die dann eben keine anderen Unternehmen finanzieren können, sondern auch Humandressourcen, weil die die Arbeitnehmer dort beschäftigt können, in keinen anderen Unternehmen vielleicht produktiver beschäftigt werden und das hat langfristig eine reale Wirkung auf die Produktivität. Es gibt auch wieder eine zunehmende Literatur, die empirische Belege dafür findet, dass diese Somifizierung längerfristig zu einer sinkenden Produktivität führt und wir nennen das sozusagen das japanische Szenario, die verlorenen Dekaden, wo sozusagen keine realen Zuwechsel an Produktivität entstanden sind in einer sehr ähnlichen Situation, in der wir uns jetzt in der EU befinden. Und der dritte Punkt, wo ich vielleicht nicht ganz den Karl von Hartzburg widersprechen möchte, sondern ein bisschen ergänzen. Ich bin jetzt mehr kein Experte für Geldpolitik, aber meines Verständnisses nach Idee des Folges ist vielleicht ein bisschen zu beschränkend dafür, dass wir brauchen doch eine Kreditvergabe für eine aktive Stimulierung der Wirtschaft und dafür, dass Inflation gesteuert werden kann. Allerdings, was das Problem an der derzeitigen Schuldensituation ist, dass ich keinen einfachen Weg jetzt finde, das glaubwürdig zu machen, dass die Zinsen je wieder steigen können. Also die Idee der Zinsen ist so, dass eben wann, falls die Inflation irgendwann mal ansteigt, haben wir diesen Instrument der Zinsen, den wir dann in die Höhe treiben können, sodass wir die Inflation beschränken und eine Situation des wirtschaftlichen Booms. Nur angesichts der Situation, dass manche Mitglieder der Eurozone Schulden über 200 Prozent des BIPs haben, ist es meiner Meinung nach mit jedem Jahr politisch unglaubwürdiger, dass das hier so weit kommen kann, ohne dass die Eurozone von drinnen zerreißt. Und das macht mir eben Sorgen. Nicht besser die Situation, dass es eben die Zinspolitik gibt als Konzept, sondern dass es in derzeitigen politischen Umfeld in Europa sehr schwierig wird, aus dieser Situation auszusteigen. Und vielleicht noch einen letzten Punkt als Anschluss zu der Rede, was ich sehr interessant gefunden habe, weil es deckt sich eigentlich mit so einem vielleicht leicht polemischen Statement, was der Karl von Hasburg gesagt hat, dass sozusagen diese Geldpolitik zu einer sozialistischen Wirtschaft führt langfristig. Das kann man tatsächlich so sehen, indem wir sagen, wir entwerten das Bargeld, wir entwerten Geld und die überflüssige Liquidität am Markt widerspiegelt sich in sehr hohen Vermögenspreisinflationen. Das heißt, je mehr oder länger die niedrigen Zinsen bleiben, desto höher die Vermögenswerte der Personen, die tatsächlich bereits vorher schon viel Kapital hatten. Das wird investiert von Bitcoin über Immobilien, über andere Assetskategorien. Und dann wird das politisch immer wieder zunehmend Problematisches, das als steigende Vermögensungleichheit zu definieren und sagen, jetzt brauchen wir einen tatsächlich staatlichen Angriff, um diese Vermögensungleichheit wieder in den Griff zu bekommen. Das ist ein selbstfütterender sozusagen Mechanismus, in dem die Geldpolitik zur Vermögensungleichheit beitragt und man versucht dann zu sagen, okay, jetzt müssen wir das besteuern. Und das ist tatsächlich vielleicht leicht polemisch formuliert, aber ich glaube, das ist ein bisschen das, was der Karl von Hasburg gemeint hat. Und dann kann ich durchaus was abgewinnen, diese Sicht der Sache. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Lehner. Sie sind in der Agenda Austria für Geldpolitik zuständig. Wer ihren Namen googelt, wird sehr schnell ein paar Artikel von Ihnen finden, die sich doch recht kritisch mit der Politik der EZB auseinandersetzen. Jetzt sagt Karl Hartwig in seiner Rede, dass die derzeitige Politik der EZB nicht zur Lösung der Probleme beiträgt, sondern sie verschleppt. Und damit möchte ich an Sie jetzt die Frage stellen, wie Sie dieses Konzept mit marktwirtschaftlichen Konkurrenzwährungen bewerten. Wie realistisch ist so etwas? Oder wie kann sowas funktionieren? Also einmal vielen Dank. Also wie das funktionieren kann, also wie realistisch es aktuell ist, das halte ich doch für eher unrealistisch, aber wie sowas einmal grundsätzlich funktionieren könnte. Ich versuche jetzt ein bisschen ohne Theorie auszukommen, aber ein bisschen wird es notwendig sein. Zu allem erst einmal stabiles Geld bedeutet ein Geld wertstabiles Geld, in welcher Inflation auch immer, wie auch immer man die messen möchte. Es ist eine gewisse Inflationsrate, die von der Bevölkerung akzeptiert wird. Außerdem nehme ich an, dass grundsätzlich, wenn es zusätzlich Konkurrenzwährungen, marktwirtschaftliche, private Währungen gibt, dass grundsätzlich so ein System auch funktioniert. Ja, also ganz nach Hayek, es hat ja durchaus Kritiker gegeben wie Milton Friedman, aber grundsätzlich sollte so ein System nach meiner Theorie dann eben funktionieren. Außerdem gehe ich davon aus, dass der Euro insofern stabilisiert wird, also dass die beste Währung am Markt überlebt. Das bedeutet, wenn es eine stabilere, eine bessere Währung als der Euro gibt, dann wird er quasi ersetzt. Also gutes Geld verdrängt das Schlechte. Was man hierfür braucht, ist zum einen flexible Wechselkurse, damit sich das alles eben anpassen kann. Und der zweite Punkt ist recht klar, und dann schließt das auch ein bisschen Ihre Frage an, es braucht geringe Eintrittsbarrieren für diese Währungen. Und das ist zum Beispiel beim Euro aktuell nicht der Fall, denn Euro ist ein gesetzliches Zahlungsmittel. Es muss eben für Zahlungen genutzt werden, es muss akzeptiert werden. Und natürlich ist das eine Eintrittsbarriere für eine marktwirtschaftliche Währung. Und ein anderer Punkt ist zum Beispiel, dass wenn Staaten nur den Euro für ihre Steuereinnahmen akzeptieren, dann führt das natürlich auch dazu, dass das eine Eintrittsbarriere für eine privatwirtschaftliche Währung ist, für eine marktwirtschaftliche. Und all das müsste reduziert werden, all diese Eintrittsbarrieren, um dann schlussendlich tatsächlich dazu führen zu können, dass der Euro im Zaum gehalten wird durch andere marktwirtschaftliche Währungen. Das halte ich aktuell für sehr, sehr unwahrscheinlich. Zum einen, wenn man sich anschaut, 2019 die Reaktion der ETHB auf den Vorschlag von Facebook, damals Libra eben als privatwirtschaftliche Währung zu machen, was für einen Backlash es da von der ETHB gegeben hat, dass sie es gleich regulieren wollen, vielleicht sogar verbieten. Also da sieht man schon, dass es zumindest private Währungen durchaus sehr kritisch gesehen werden. Auf der anderen Seite gibt es ja bereits eine Art von Währungswettbewerb, nämlich im Falle von generell gesetzlichen Zahlungsmitteln. Man sieht zum Beispiel in Lateinamerika die Dollarisierung, dass eine stabilere Währung wie der US-Dollar durchaus lokale instabile Währungen unter Druck gesetzt hat oder eben versucht hat, den Zaum zu halten. Und das sieht man ja schon, dass dieses Konzept ja grundsätzlich funktioniert, wenn diese Währungen eben dann in irgendeiner Art und Weise akzeptiert werden. Und wenn all das, all diese Bedingungen dann grundsätzlich möglich sind, dann kann man schon sagen, okay, dann kann ein Zinssatz am Markt gebildet werden, dann würde die EZB auch die Kontrolle über die Zinssätze und dann eben über das Inflationsziel verlieren. Und die Inflation, damit der Euro stabil bleibt und der Markt als Zahlungsmittel akzeptiert wird, wird dann quasi von den privaten Währungen bis zu einem gewissen Grad vorgegeben, denn die EZB dürfte dann maximale Inflation erreichen, wie andere private Währungen, um trotzdem noch akzeptiert zu werden. Um dann vielleicht noch dann den Bogen zu spannen zur Verschuldung. Es gibt mittlerweile einige Theorien, die sich damit beschäftigen, dass eine zu hohe Staatsschuldenquote, wie auch schon vorher gesagt worden ist, da gibt es jetzt nicht wirklich auch eine gewisse Höhe, wo man sagen kann, ab 90 oder ab 100 Prozent. Aber es gibt durchaus Theorien, die sagen, okay, eine zu hohe Staatsverschuldung führt dazu, führt zu Inflation. Und wenn das passieren würde, und die Staaten noch immer in Euro ihre Steuernahmen und alles notieren würden, dann würde das dazu führen, dass eine EZB, wenn sie sich auf die Inflation konzentriert, gleichzeitig auf die Staatsverschuldung konzentrieren würde. Und deswegen würde sie dann quasi, würde sich das quasi umdrehen, die EZB müsste sich auf die Staatsverschuldung konzentrieren und die Staaten auf die Inflation. Also das ist ein komplett unterschiedliches Szenario. Das heißt, bevor, und um dem Euro zumindest eine Chance zu geben, dass es tatsächlich das Zahlungsmittel bleibt und die vorherrschende, dominierende Währung, ist es deshalb wichtig, zu Beginn, bevor man das alles umsetzt oder zulässt, gesetzlich, die ganzen privatwirtschaftlichen Währungen, dass man die Schuldenstände reduziert, dass man nachhaltig die Schuldenstände auch reduziert und reformiert. Und ich persönlich, um auch auf die Rede zurückzukommen, ich persönlich warne, wenn man einen stabilen Euro möchte, ganz, ganz vehement vor einer Abschreibung. Weil, um da auch wieder auf die Inflation zurückzukommen, was würde die Abschreibung bedeuten? Wenn man alle Staatsschulden abschreiben wollen würde, dann müsste man jetzt entweder die Investoren, die die restlichen Staatsschulden besitzen, enteignen, was ich jetzt nicht sonderlich, finde ich sonderlich, nicht wirklich vorschlagen würde. Und der zweite Punkt wäre, man müsste die Staatsschulden alle aufkaufen, der Investoren. Das heißt, man würde noch mehr Geld in den Markt pumpen. Ich weiß nicht, ob das jetzt so eine Auswirkung hätte auf die Konsumentenpreisinflation. Wir haben jetzt in den letzten Jahren eine relativ geringe Inflation gehabt, aber es würde auf jeden Fall eine große Auswirkung auf die Vermögenspreisinflation haben. Und ich weiß jetzt gerade nicht genau, wie viel Prozent der Staatsschulden die EZB hält. Ich glaube, es ist 54, 50 Prozent oder so. Das heißt, sie müsste durchaus noch einmal 50 Prozent kaufen. Das ist ein enormer Wert an Geld, eine enorme Menge an Geld, die da in den Markt fließen würde. Und dementsprechend würde ich von so einer Abschreibung wirklich abraten. Und auch wenn es in der Vergangenheit oft gescheitert ist, auch wenn es ein mühsamer und langer Weg ist, denke ich nicht, dass auch ein Weg über Fiskalregeln und über langfristige Entschuldung daran vorbeiführt. Auch wenn es natürlich attraktiv wäre. Es wäre natürlich super, wenn man die Staatsschulden alle abschreiben könnte. Aber ich denke nicht, wenn man einen stabilen Euro auch in den dritten Schritt mit privatwirtschaftlichen Währungen haben wollen würde, dass man das im ersten Punkt mit einer Abschreibung verbieten sollte. Vielen Dank, Frau Lehner. Ich möchte in einer zweiten Runde allen drei Panelisten die Möglichkeit geben, auf das, was die jeweils anderen gesagt haben, noch zu reagieren, weil sie doch verschiedene Schwerpunkte gesetzt haben. Norbert, du wärst als erster wieder dran, um darauf zu reagieren, was die beiden Damen gesagt haben. Und gleichzeitig würde ich dazu die Frage stellen, wie schätzt du und das dann auch an die beiden Damen weiterleiten, diese Frage, wie groß oder wie soll ich sagen, wie ist der politische Wille zu einer entsprechenden Reform einzuschätzen? Ist er überhaupt da? Ich fange erst mal mit dem letzten Punkt an, den meine Vorrednerin angesprochen hat. Wie ist das mit der Abschreibung aller Staatsschulden? Hier müssen wir zwei Dinge unterscheiden. Nämlich den Vorschlag, den Thomas Piketty mit 100 anderen Ökonomen gemacht hat, der jetzt einfach sagt, lasst doch die EZB einfach mal die Schulden streichen. Das wäre die Abschreibung. Das hätte enorme Auswirkungen, weil natürlich die Frage sich stellt, wie ist das mit dem Wert der Staatsanleihen bei den Banken und so weiter. Der Vorschlag nach dem Chicago-Plan von 1933, dass zum Zwecke einer Währungssystemumstellung die Staatsanleihen Schulden auf die Bilanz der Notenbank genommen werden, ist keine Abschreibung. Es ist keine Abschreibung, sondern diese Anleihen bestehen ja weiterhin. Sie werden nur in einem Schritt den Staaten abgekauft. Zurzeit wird das ihr gemacht, nur schrittweise, wird aber in einem Schritt gemacht. Warum ist das so entscheidend? Das ist ganz entscheidend für meine Vorvorrednerin, die gesagt hat, sie konzentriert sich auf die Realwirtschaft. Das Hauptargument gegen die derzeitige Schuldenpolitik, das ja immer vorgebracht wird, bei den Nullzinssätzen sind diese Schulden tragfähig. Ja, das ist einfach objektiv so. Aber das Hauptargument wird ja ausgeblendet, nämlich, dass diese Form der Null- und Negativzinspolitik mit enormen realwirtschaftlichen Kollateralschäden einhergeht. Wir reden deshalb nicht umsonst von der Japanisierung der Weltwirtschaft. Wir können in Japan seit fast 30 Jahren beobachten, was in der Realwirtschaft passiert, wenn der Zins seine Lenkungsfunktion verliert, wenn dadurch Unternehmen, die nicht mehr wettbewerbsfähig sind und rentabel sind, nicht aus dem Markt aussteigen. Wir reden eben von Zombifizierung von Banken und Unternehmen. Das heißt, von hier wird selbst, wenn es der EZB auch jetzt mit den in den kommenden Jahren gelingen sollte, die Zinsen niedrig zu halten, wird eine realwirtschaftliche Grenze kommen, denn Wohlstand kann nur in der Realwirtschaft produziert werden und eine zombifizierte Wirtschaft wird das nicht leisten können. Das sehen wir an den geringen Produktivitätszuwächsen, was bedeutet, dass nur geringe Lohnzuwächsen möglich sind. Das sehen wir an der Innovationsschwäche, in den westlichen Ländern und so fort. Also hier haben wir schon mal eine realwirtschaftliche Grenze. Und deshalb, und damit kommen wir zurück zu dem eigentlichen Vorstrich wieder. Wo ist der Unterschied zwischen dem derzeitigen laufenden schrittweisen Ankauf von Staatsanlagen und dem in einem Schritt erfolgenden Übernahme der bisherigen Staatsanleihen auf die EZB-Bilanz, entsprechend Chicago-Plan von 1933, was dazu dienen soll, dass man aufgrund der Monetisierung in einem Schritt der Staatsschulden die Möglichkeit bekommt für ein neues Geldsystem. Denn der zweite Schritt besteht ja eben darin, dass, und hier kommen wir in die Richtung Vermögenspreisinflation, ist ja das den Punkt, den meine Institut durch die Entwicklung eines Vermögenspreis Ende 2014 in die Öffentlichkeit getragen hat. Dieser Vermögenspreis wird ja heute überall zitiert, Bundesbank, EZB zitiert hin, sogar das Kernthema, eines der Kernthema unseres Instituts. Der große Unterschied ist, dass durch die anderen zwei Bedingungen es eben nicht weiter möglich ist, die Geldmenge ungeordnet auszuweiten und darum hören die anderen beiden Schritte dort eben hinein. Das ist der entscheidende Unterschied, was wir zurzeit nicht haben. Das heißt, die Frage, wie die Auswirkungen sind, ist eine Frage, ob ich glaubwürdig herstellen kann, dass diese drei Schritte auch wirklich zusammen durchgesetzt werden. Dann habe ich Glaubwürdigkeit an den Finanzmärkten. Eine Sache noch, bevor ich zu deiner Frage komme, wie realistisch ist das politisch zurzeit? die Frage mit, wie ist das mit Privatwährung, wenn man die zulässt? Also erstens ist klar, das Geldmonopol des Staates, also der gesetzliche Annahmezwang muss weg. Wenn ich gesetzlichen Annahmezwang habe, dann setzt sich eben nicht das beste Geld durch, sondern dann gilt eben das Gesetz, das schlechte Geld durchsetzt. Das gilt natürlich nur unter Annahmezwang. Und der Vorschlag von Hayek aus den 70er Jahren ist, lasst uns doch diesen Annahmezwang einfach wegfallen lassen und lasst doch die einzelnen Menschen selber dann auch die Freiheit, die Freiheit, eigenes Geld emittieren zu können. Und den Rest schauen wir mal, was passiert. Und wenn ich mir überlege, welche Reaktionen wir 2009 auf unseren Aufsatz in der FAZ und der Ordnung der Wirtschaft bekommen haben, als wir genau dieses Konzept wieder in die Öffentlichkeit getragen haben, das sind ja Spinner. Innerhalb meiner Partei, der FDP, meinte dann der damalige Generalsekretär, ja, diese Gruppe da, die beschäftigen sich mit so etwas wie Privatwährungen, das war damals Christian Lindner. Dass zeitgleich dann auf einmal die erste Kryptowährung Bitcoin entstanden ist, wäre jetzt mal ein Vortrag eigener Art. Wenn wir aber jetzt überlegen, was eigentlich in den letzten zwölf Jahren passiert ist in diesem Bereich, wir notieren mittlerweile 8500 Kryptowährungen. Ich halte Bitcoin übrigens für eine Fehlkonstruktion, aber es wäre auch ein anderes Thema für stabile Währungen. Mir geht es um das prinzipielle Konzept Privatwährungen. Und glaubt denn irgendjemand, dass die EZB oder der deutsche Bundesfinanzminister Olaf Scholz derart massiv gegen Projekte wie Libra, was übrigens keine Kryptowährung ist, sondern ein digital gehandelter Währungsfonds, was man massiv dagegen vorgeht, oder dass Olaf Scholz probiert, Privatwährungen zu verbieten, die letztlich nicht zu verbieten sind, wenn die nicht die Hosen gestrichen voll hätten, dass da eine enorme Konkurrenz entsteht. Warum ist man so gegen Libra vorgegangen? 1,5 Milliarden Menschen haben kein Girokonto auf dieser Welt und damit keinen Zugang zum Finanzsystem und zu internationalen Austauschbeziehungen und auch nur zu Austauschbeziehungen, gar bargeldlosen Austauschbeziehungen in ihren Ländern. Von diesen 1,5 Milliarden Menschen haben aber 1,3 Milliarden Menschen ein Smartphone. Und wie wäre es denn, was würde denn passieren, wenn diese Leute, dieses Konzept Libra, Warnungstrop, heißt schon wieder verändert worden, finde ich alles gar nicht so gut, aber was wäre denn, wenn von diesen 1,3 Milliarden, die ein Smartphone haben und die aber kein Girokonto haben, auf einmal eine Milliarde das Ganze nutzen für den Zahlungsverkehr. Davor hat man Angst. Davor hat man enorm Angst, dass von Afrika und Südamerika hier der Staatsmonopol für Geld ausgehöhlt wird und dadurch eine Konkurrenz entsteht, die in der Tat die Möglichkeit Zinsen zu manipulieren einschränkt und da ist die Angst enorm groß, die ist wahnsinnig groß. Jetzt kommen wir zurück zur Frage, wie sind das mit politischen Mehrheiten aus? Wir haben in keinem europäischen Land zurzeit politische Mehrheiten erstens ökonomische Bereinigung im Sinne von Anpassungsrezessionen zuzulassen. Zweitens wir haben keine Mehrheiten politische Mehrheiten Privatwährungswettbewerb zuzulassen. In keinem wir können es durchspielen. Das bedeutet aber, dass die derzeitigen Problemversteppungen weitergehen. Das bedeutet aber auch im Umkehrschluss, dass der Anreiz alternative Zahlungsformen zu nutzen, um sich vor den Risiken unseres fragiler werdenden Geld- und Wirtschaftssystems zu schützen wachsen werden. die einzige Chance, die man zurzeit hat, wenn man sagt, man will da geregelt herauskommen, ist ein Vorschlag, wie K. von Habsburg ihn gemacht hat. Und auch wenn ich für diesen Vorschlag keine politischen Mehrheiten habe, ist es wichtig, den zu verbreiten, weil in Situationen, und das zeigt die Wirtschaftsgeschichte nun wirklich durch die Bank, weil in Situationen, in denen man gar nicht mehr anders kann, in genügend Köpfen derartige alternative Ansätze vorhanden sein müssen, damit diese alternativen Ansätze gewählt werden. Denn eines ist klar, dieses Geldsystem, so wie es weitergehen wird, wird zu dem kommen, was Frau Lina nicht möchte, nämlich Abschreibung. Und diese Abschreibung nennt man Währungsreform. Und zwar Währungsreform, wo die kleinen Leute darunter leiden, wo die Ersparnisse der kleinen Leute von heute auf morgen enteignet werden. Und sie würden nicht darunter leiden, wenn man vorher ein anderes Konzept angeht. Und man kann nur hoffen, dass wenn diese Situation eintritt, das wird nicht in den nächsten Jahren, sondern auch nicht in den nächsten zwei Jahren, aber die Frage, was in den nächsten fünf bis zehn Jahren passiert, ist eine andere. Dafür ist es enorm wichtig, dass alternative Konzepte in den Köpfen der Menschen verankert sind, sodass man die dann wählen kann. Und das ist unsere Aufgabe und diese Aufgabe müssen wir uns stellen und davon sollten wir uns auch nicht abbringen lassen. Dazu dient auch diese Diskussion heute, Frau Dozentin, ich übergehe sie jetzt absichtlich, weil der Norbert Hofall doch auf einiges reagiert hat, was die Frau Lehner vorher gesagt hat. Deswegen möchte ich direkt zu Ihnen überleiten, Frau Lehner, Sie haben vorher gewarnt, glaube ich, war das Wort vor der Abschreibung. Ist die Warnung jetzt leiser geworden? Nein, nicht wirklich, Geld wieder trotzdem in den Markt gepumpt. Also die Investoren werden ja nicht so wie ich das verstanden habe, das Geld wird jetzt trotzdem in den Markt gepumpt. Das heißt, dahingestellt, dass das Konzept dieser drei Stufe jetzt tatsächlich jetzt wirklich der Bevölkerung verklickert werden kann und den Finanzmärkten, dass das tatsächlich umgesetzt wird in diesen drei Schritten, das sei dahingestellt, ich denke eher nicht, auch vielleicht nicht in den nächsten fünf bis zehn Jahren, wenn dann doch erst 20, 30, aber das Ende dann ist daran, dass jetzt das Geld in den Markt gepumpt wird. Und ja, es ist durchaus ein Unterschied, ob das Geld stufenweise in mehreren Jahren hineingepumpt wird oder von jetzt auf dann, weil der Punkt ist, wenn, dann müsste man das dann innerhalb von kürzester Zeit machen, denn selbst wenn man das sagt, man unwahrscheinlicher, dass das die Finanzmärkte auch so lange tatsächlich glauben, dass das tatsächlich so umgesetzt wird. Bezüglich der Zombifizierung, ja, das sehe ich auch als Riesenproblem, denn die Zombifizierung ist nicht nur das Problem, dass die Unternehmen selbst, die Zombies sehr unproduktiv sind, sondern dass sie auch die Wirtschaft verstopfen und dann eben die Produktivität der anderen Unternehmen quasi runterdrücken und ja und viele Unternehmen dann vielleicht auch gar nicht in den Markt eintreten können, weil die eben verstopft sind und ich denke, also die Corona-Krise ist sicher noch bis zum gewissen Grad verstärkt durch den strukturellen Wandel, der mit Sicherheit verstärkt worden ist, die Digitalisierung etc. Wie stark das dann ist, werden wir sehen. Ja, also grundsätzlich, ich bin noch immer da ein bisschen skeptisch, natürlich da, ich habe jetzt von dem Vorschlag von Tickety gesprochen und auch von Italien, das wäre ich dann noch schon Ende letzten Jahres gekommen, ich glaube aber nicht, dass das schlussendlich eben aufgrund der Tatsache, dass trotzdem so viel Geld in den Markt in den Markt gepumpt wird. Und das Ziel sollte ja trotzdem sein, dass wenn es nach dem Vorschlag ist, dass es einen stabilen Euro gibt und so denke ich, alleine durch den ersten Schritt macht man dann den stabilen Euro im dritten Schritt dann noch weitaus unwahrscheinlicher. Und das ist auch meine, jetzt darauf, was meine Vorrednerin vorher gesagt hat, eben mit der Zomifizierung, das habe ich vorher eh schon erwähnt, das mit dem aus den Schulden rauswachsen, das ist natürlich und das ist auch ein wichtiger Punkt, der vielleicht auch noch mit der Geldpolitik zusammenhängt, natürlich setzt die aktuelle Geldpolitik einen Anreiz dafür, dass keine Reformen umgesetzt werden. Aber der Punkt ist, das muss es auch nicht sein und das soll es bei einer unabhängigen Zentralbank auch nicht sein. Denn das ist ein Nebeneffekt, genauso wie die Zomifizierung, die extrem problematisch sind, aber es ist nicht die Aufgabe der EZB zu schauen, ob die Schuldenquote zu hoch ist. Denn eine unabhängige Zentralbank kann sich darauf konzentrieren, wie die Liquidität im Markt ist, ob die Spreads, wie auch meine Vorrednerin gesagt hat, zu hoch sind, damit der Euro eben stabil bleibt. Was man davon jetzt halten möchte, ob das jetzt tatsächlich nachhaltig ist oder nicht und ob das Wermensystem nachhaltig ist oder nicht, das sei jetzt dahingestellt. Und auch das möchte ich auch noch kurz auf meine Vorrednerin, das habe ich dann vor vergessen, anknüpfen mit dem sozialistischen Geldsystem. Karl Marx hat nicht umsonst in seinen zehn Punkten zur sozialistischen, kommunistischen Weltordnung vorgeschlagen, dass man eben Geld monopolisiert. Das passt da durchaus rein. aber eben und dann auch noch vielleicht auf die Frage dann auch gleich zu antworten, ob der politische Wille da ist, denke ich nicht. Also der politische Wille, Mehrheiten gibt es dafür sicher nicht, vielleicht in den nächsten 20 Jahren oder 30 Jahren, aber ich denke nicht, dass es jetzt so schnell geht von jetzt auf dann. Gerade auch deswegen, weil man ja sicher eigentlich dann Macht wegnehmen würde und das funktioniert, ja, also das denke ich nicht, dass das funktionieren wird. Da fällt mir der Felix Somari ein, der mir den schönen Spruch gesagt hat in seinen 20 Sozialgesetzen, je mehr der Markt nach einer Erhöhung des Zinsfußes verlangt, desto mehr verlangt die Politik seine Senkung. Also ich glaube, genau in dieser Phase sind wir. Frau Dozentin, noch eine kleine Zusatzfrage an Sie zur Reaktion zu den anderen, weil Sie vorher auch etwas gesagt haben vom Anstieg der Realpreise sehr schön beobachtbar am Wohnungsmarkt oder am Hausmarkt. Das heißt ja in Wirklichkeit, dass wir jetzt eine Generation von jungen Leuten haben, die sich entweder überhaupt kein Vermögen, kein Eigenheim mehr aufbauen können oder nur mit gigantischen Schulden, weil sie die aufnehmen müssen und teilweise auch aufnehmen können, weil das Geld ja billig ist. Aber die werden damit de facto abhängig von genau dieser Politik, die den Zinsfuss politisch senkt. Also das ist der Sozialismus dann. Ja, das ist tatsächlich so. Die Vermögenspreisinflation vor allem eben Immobilienmärkte, das ist eigentlich erstaunlich. Ich habe jetzt meine Zahl ausgesucht neuerlich, was am Immobilienmärkten im Jahr 2020 passiert ist. Da sind die Preise in Österreich um gut ein paar Prozent gestiegen, obwohl wir mit einer schwersten Krise seit dem Zweiten Weltkrieg zu tun haben. und man würde denken, dass in solchen Umfeld die Nachfrage nach Immobilien eher sinken würde. Nein, ganz im Gegenteil, das hat die Preise noch mal weiter in die Höhe getrieben. Und da haben Sie völlig recht, wenn Sie sagen, dass es zunehmend schwierig ist, für die Menschen sich ein Vermögen aufzubauen, weil es eben, man kann natürlich zum Konzept Vermögensung gleichheitlich ganz unideologisch, man muss es nicht als Problem sehen, aber es ist auch zunehmend ein Thema, weil es vor allem Leute, die bereits vorher Kapital hatten, zu investieren, weiterhin in diese Instrument investieren, wenn sie Personen mit niedrigem Kapital nicht. Und das ist auch besonders in Österreich ein Problem, weil Österreich zu den Ländern gehört, wo aufgrund der Finanzbildung und allgemeiner sehr konservativer Sparkultur, nennen wir das so, sehr wenig Leute tatsächlich an diesem Asset-Boom teilnehmen. Also athänische Pensionskasse oder eine niederländische hat mindestens den Vorteil, dass die Privatvorsorge dort und so weiter ist als hier, dass auch der Normalsterbliche was davon hat, von diesem Asset-Boom. Und in Österreich ist der Normalsterbliche investiert weiterhin am Sparbuch und wird enteignet, während sozusagen die paar Leute, die dann sich schlau überlegen, wohin mit dem Geld Vermögen aufbauen. Das ist gerade in Österreich wirklich ein großes Thema. Da ist eine gewisse Ungleichheit erzeugt. Ich wollte noch eventuell anschließend an die zwei vorige Punkte. Erstens meine Kollateralschaden, das habe ich vielen Dank, Herr Toffel, dass Sie das entsprochen haben, das ist ein sehr schönes Wort dafür. Das wollte ich auch sagen, es gibt noch einen Kollateralschaden, den ich vorhin nicht erwähnt habe, den man vielleicht noch nennen soll, dass es geht nicht nur um die Tragfähigkeit der Schulden, sondern auch der Opportunitätskosten der Schulden. Und das ist auch das Geld, das wir nicht woanders ausgeben können. Das ist nicht nur in der Realwirtschaft seitens der Unternehmen sondern auch als Stadthaushalt, weil die Stadt hat durchaus eine oder andere Aufgabe zu erfüllen, Grundforschung beispielsweise oder Infrastrukturdarstellung und dann natürlich mit dieser zunehmenden Verschuldung, man nimmt sich den Spielraum selber weg für andere Investitionen in diesem Bereich. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt, warum man Angst hat von der Währung. Ich glaube, das hat auch teilweise damit zu tun, dass Technologien wie Bitcoin ermöglichen, in vielen Bereichen weiter fortschränkende Zentralisierung vielen Aufgaben, die derzeit traditionell von dem Staat erfüllt sind. Wenn ich jetzt denke an die Blockchain Technology, an die Bitcoin, es ermöglicht mir wirklich eine geschlossene Systeme für viele Sachen zu erzeugen, wie etwa, was zum Beispiel bei uns jetzt die Sozialversicherung übernimmt, warum nicht mit eigener Währung sozusagen funktionierende Versicherungssysteme funktionierende Dienstleistungen, die eigentlich ganz unabhängig von der staatlichen Anfluss sind. Und ich glaube, dass es dann der reale politische Machtverlust hier eine Rolle spielt. Und ein dritter Punkt noch zu dem politischen, natürlich das Problem ist, dass die Sondifizierung bereits vor der Corona-Krise ein Thema, aber hier muss man tatsächlich auch noch zugeben, dass durch die Corona-Krise nicht nur Zombie-Unternehmen in Probleme geraten sind, sondern auch die Gesunden. Und das ist natürlich jetzt die Aufgabe, wie wir die auseinanderhalten. Das ist leicht zu halten und deswegen, man kann durchaus argumentieren, dass Teil der Hilfen weiterhin ausbezahlt werden muss, weil die Unternehmen, die vorher gesund waren, sollen dann doch weiterhin entstehen. Natürlich, das lässt sich leicht sagen und ein bisschen schwieriger umsetzen. Und deswegen, ich probiere es immer mit Vorschlägen, vielleicht ein bisschen kreativeren Vorschlägen zu kommen, wie können wir diese Wirtschaftshilfen jetzt in der Corona-Zeit so gestalten, dass wir das am besten auseinanderhalten. Ich finde zum Beispiel im österreichischen Kontext oder im deutschen Kontext, dass der Verlustrückträge eine der besten Maßnahmen war für diese Aufgabe, wo wir sagen, die Unternehmen, die vor der Krise hohe Gewinne geschrieben haben, werden weiter unterstützt und die nicht, werden weniger unterstützt. Und das braucht wirklich in dieser Zeit vielleicht jetzt nochmal, vielleicht noch nicht jetzt ganz allgemein diese Insolvenzen zuzulassen, vielleicht lassen man sich noch ein bisschen Zeit, aber in dieser Zeit müssen wir die Hilfen so gestalten, dass wir wirklich als Wirtschaftsforscher auseinander sagen können, welche Unternehmen sollen dann übernehmen, welche nicht. Und das kann nicht der Stadt von oben entscheiden, das ist unmöglich. Und das ist auch nicht wünschenswert, sondern im Gegenteil, da müssen sie sagen, der Markt von alleine entscheiden, aber dafür braucht es eben geeignete Instrumente und kreative Instrumente. Und die Instrumente, die wir jetzt haben, leider zum Teil ganz eine falsche Wirkung erzeugt und eher die Unternehmen unterstützt, diese eben vorne hin nicht ganz gesund haben. Ich habe vorhin beziehungsweise in der Einleitung gesagt, dass ich natürlich auch die Zuhörer einbinden möchte mit Fragen in die Diskussion. Ich habe jetzt im Chat bereits zwei Anmerkungen beziehungsweise Fragen. Ein Hinweis von der Frau Weiß, dass Inflation ja eine versteckte Steuer ist. Wie wird sie gemessen? Und sie meint auch, dass diese Zahl manipuliert werde. Ein zweiter Hinweis von Günter Tarnhel, der hier die Frage stellt, wie wird denn Gold als Instrument der Anlage gesehen? Wer möchte dazu von Ihnen etwas sagen? Norbert? Wir haben ja eben schon unterschieden zwischen Vermögenspreisinflation und Konsumgüterpreisinflation und hier zeigt sich ja schon, dass die Zahl, die wir monatlich von unseren statistischen Ämtern bekommen, die Konsumgüterpreisinflation ist. Denn die Vermögenspreisinflation im Durchschnitt der letzten fünf, sechs Jahre liegt für Deutschland zwischen sechs und acht Prozent. Das ist ein bisschen untergegangen durch die Corona-Krise und die Zahl, die wir natürlich bekommen, also monatlich ist eine ganz andere. Die Frage der Manipulation hängt natürlich zusammen, also was für eine Rechenart nehme ich da? Also natürlich kann man da kritisieren, dass wenn dieser Warenkorb, mit dem die Konsumgüterpreisinflation gemessen wird, dass der falsche zusammengesetzte ist. da sind zum Beispiel Wohnen ist da garantiert untergewichtet, noch gravierender sind dann eigentlich andere Dinge. Wenn Preissteigerungen, die auf technischen Fortschritt zurückgehen, nicht mitgerechnet werden, also wenn das durch diese hedonische Methode herausgerechnet wird, dann habe ich ein Problem. Also wenn ich ein Mercedes vor zehn Jahren gekauft habe und muss nach zehn Jahren einen neuen, dann ist dieser neue natürlich technisch besser. Aber wenn die Preissteigerung dafür herausgerechnet wird, dann ist natürlich die Frage, was sagt mir die Zahl hinterher noch. Es wird dann sehr schwierig. Also es ist klar, diese Zahlen sind problematisch, aber wichtig ist also deshalb schon mal die Unterscheidung Vermögenspreisinflation und Konsumgutpreisinflation. Zweiter Punkt, wie ist das mit Gold? Also Gold ist sicherlich eine Absicherung bei uns in der Firma, sagen wir immer, und da muss man jetzt vielleicht dazu sagen, also ich arbeite für eine private Vermögensverwaltung, die mittlerweile über 60 Milliarden Euro unter Assets hat und das muss man als Hintergrund aber wissen, wenn ich jetzt diese Antwort gebe, wir sagen immer, Gold ist die Währung letzter Instanz für die bekannten und unbekannten Risiken unseres Finanz- und Wirtschaftssystems oder Finanz- und Währungssystems. Da kann man jetzt drüber streiten, sollen das 8% im Folio sein, 10 oder 12, sicherlich auch von Präferenzen abhängig, aber es ist wirklich nur eine Versicherung in dieser Höhe. Das Problem ist, was das Problem ist, ist, was sehr viele Crash-Profit, die durch die Gegend laufen, uns einreden wollen, Geld, Gold sei jetzt die ultimative Anlageform und da muss man jetzt voll rein. Also die Leute, die uns dann erzählt haben, im vierten Quartal 2020 bricht in der Europäischen Union das Bankensystem zusammen. Also Herr Markus Kreil, diese Voraussage fand ich sehr sportlich und auch die Argumentation, die dahinter steht, finde ich sehr sportlich. Er hat ein paar Punkte, an denen was dran ist, aber Vorsicht vor diesen Crash-Propheten, die uns erzählen wollen, in einem oder in zwei Jahren bricht da alles zusammen und deshalb muss man sein ganzes Vermögen jetzt im Gold anliegen, das sollte man bitte einfach mal lassen. Also das wird garantiert zu Vermögensverlusten führen und da muss man dann auch die Leute hinterfragen, also wenn diese Crash-Propheten halt für den Goldhandel arbeiten, dann sollte man da eben, das musste man halt bei solchen Sachen immer dabei sagen, also Gold ja als ein Element in einem Portfolio, ja aber eben nur als ein Element, ich habe dir eben die Größenordnung genannt, aber das müssen dann eigentlich, damit muss sich jeder mit seinem Anlageberater unterhalten, weil jeder auch unterschiedliche Präferenzen hat, aber es wird sicherlich nicht so gehen, dass wir zu einem Goldstandard zurückkehren können. Was würde das bedeuten, um sich das allein theoretisch klarzumachen? Und da kann man auch sofort den Unterschied sehen zu dem Konzept, das in der Rede von Karl von Habsburg dargelegt worden ist. In der Rede von Karl von Habsburg ist die Gesamtgeldmenge flexibel durch den Privatwährungsanteil, wenn ich das ermögliche. Und dadurch kann der auch größer gewichten. Durch den digitalen Anzahl, dass die Geldmenge im Sinne des Potenzialwachstums der Wirtschaft wächst, ist dort auch ein Wachstum drin. Aber was würde jetzt bei Gold passieren? Wir hätten es jetzt mit einem konstruktivistischen Akt zu tun, der bedeutet, wir stellen per Politik fest, dass jetzt auf der einen Seite Gold ist, gleich Geld, und alle Güter und Dienstleistungen dieser Welt oder in einem Land stehen auf der anderen Seite. Das würde bedeuten, der Goldpreis, der würde explodieren auf 40.000, 50.000, vielleicht noch mehr Dollar. Und das wäre ein konstruktivistischer Akt, der Preissysteme zerreißen würde, wo zurzeit Gold ein Element unter anderem ist, und jetzt auf einmal wirklich konstruktivistisch Gold auf die andere Seite stehen. Wer hier in diesem Vorschlag gemacht hat, Ludwig von Mises, hat bei diesem Vorschlag seine eigene Lehre nicht berücksichtigt, nämlich, dass wirtschaftliches Handeln immer Zeit benötigt und dass Zeit der elementare Faktor ist. Und bei diesem Vorschlag wird aber die Zeit ausgeblendet, sondern wird von jetzt auf gleich, soll auf Gold umgestellt werden. Also ich meine, das würde in der Tat zu Verwerfungen führen und nicht zu einem schrittweisen herauswachsen. Wir haben seit 2009 in sehr vielen Veröffentlichungen klargemacht, dass die Zulassung von Privatwährungswettbewerben gerade ein schrittweise herauswachsen aus der Blasenökonomie ermöglichen würde, weil es präferenzkonform geht und weil es eben kein konstruktivistischer Akt wäre, wovon heute auf morgen ein Gut auf einmal eine politische Priorisierung bekommen würde. Also von diesen Sachen halte ich wenig, müsste man aber mal im anderen Zusammenhang näher rangehen. Also drei Sachen, Gold, ein Portfolio, ja, aber bitte die Nummer, die ich eben genannt habe und da, wenn überhaupt, zweitens Vorsicht vor Queschpropheten, warum? Die Politik ist in der Lage, dysfunktionale Systeme sehr, sehr lange zu ziehen und der Untergang des Sozialismus hat 70 bis 80 Jahre gedauert und nach der Unmöglichkeit der sozialistischen Wirtschaftsrechte und diesen Aussatz von Mises in den 20er-Jahren hätte das sofort zusammenbrechen müssen. 89 bis 91 war es der Fall. Also Vorsicht vor Crash-Propheten und drittens, wir müssen zu Übergangslösungen kommen und müssen weg davon kommen, dass wir Denkbarrieren haben, zum Beispiel was jetzt Privatwährung und anderes angeht, weil wir gerade hier die Möglichkeit haben, fließend zu anderen Systemen überzukommen, rüberzugehen und große Disruption dadurch zu vermeiden. Ich möchte von den beiden Damen jemand zu dem Thema Gold etwas sagen. Ich würde dann gleich auch noch eine nächste Frage mit einbringen, die von Mag. Mr. Grauchenberg kam, nämlich zum Thema Bitcoin, Blockchain, Technologie, wo er sagt, vermehrt wird Bitcoin für kriminelle Einkünfte und Überweisungen verwendet. Wie könnte eine Kontrolle funktionieren? Darf ich da auch? Du darfst auch. Aber ich will mir nicht vordringeln, wenn die Damen möchten, dann erst die Damen. Frau Lena wollte gerade, also musst du Dann ist Frau Lena erst. Also zu der Blockchain können Sie gerne was sagen. Ich wollte zu den ganzen anderen Punkten vorher noch was sagen, aber Sie können gerne die Frage da zuerst beantworten. Zum Thema Blockchain. Block, also, oder Bitcoin. Bitcoin ist überhaupt erst entstanden aus etwas ganz anderem. Man hat über Jahrzehnte immer gesehen in der geldpolitischen Debatte, dass das staatliche Geld manipuliert wird, politisch manipuliert. Und es gab immer Versuche, können wir nicht Systeme schaffen, dieser Manipulation zu entgehen? Können wir nicht Systeme schaffen an den Zentralbanken und an staatlicher Manipulation vorbei? Und Anfang der Nullerjahre haben das dann Leute probiert und die haben das fast zu der Goldfrage eben sehr gut, die haben sich die Frage gestellt, mein Gott, Gold liegt doch eigentlich nur rum, es sei denn das Industriegold oder Zahngold oder so etwas, darauf kriege ich keine Zinsen und gar nichts, kann ich gar nichts machen, kann man das nicht eigentlich mal produktiver einsetzen? Dann haben die E-Gold Limits jetzt gegründet und zwar war die Idee, dass Goldbesitzer Girokonten für Gold einrichten können und dass man jetzt probiert, von meinem Girokonto und zwar direkt von meinem Girokonto für Gold auf das Girokonto von Rainer Kloschek also direkt Gold überweisen und wie es der Zugangfall wollte im Jahr 2007 als in USA die Finanzkrise ausbrach, war auf einmal das FBI bei dieser Firma auf der Matte und hat das mit der Begründung Kriminelle, Drogenhandel, Wirtschaftshandel und alles erst mal dicht gemacht und hat die ganzen Sachen eingefroren. Dann wurde geprüft, welche Goldbestände dort, welches Vermögen ist in kriminellen Machenschaften verwickelt und welche nicht. Das hat so bis 2014-15 gedauert. Es haben die überwiegend großen Teile der Leute, die da Gold eingelegt haben, haben ihr Gold zurückbekommen. Allerdings erst 2014-2015. Das heißt, Innovationen will ich damit sagen, werden immer mit diesem Argument, es kann ja missbraucht werden, kaputt gemacht werden. Und mit diesem Argument, es kann ja missbraucht werden, kaputt gemacht werden, könnte man auch den Brief beim Postversand verbieten. Denn da kann ja auch benutzt werden, dass da irgendwas Verbotenes drin ist, was benutzt wird. So, und jetzt kommen wir aber zu dem Punkt, was war denn jetzt die Idee von Kryptowährung und von Bitcoin? Die Idee war jetzt, also, wir brauchen schon Peer-to-Peer-Systeme an staatlichen Systemen vorbei, so, dass Norbert Toferl direkt eine Zahlung an Reinhard Kloschip überweisen kann, ohne in diesem ganzen finanziellen Kanalsystem, in dem wir normalerweise drin sind, verhaftet zu sein. das normale Kanalsystem. Wenn ich von meinem Girokonto bei der Sparkasse in Paderborn Geld nach einer Kloschek im Waldviertel überweisen will, dann läuft das nicht so, dass das direkt von meinem Konto auf sein Konto geht, sondern meine Bank hat natürlich Korrespondenzbanken, seine Bank hat Korrespondenzbanken, Sicherheiten stellen. Das Ganze läuft über die einzelnen Zentralbanken, die ja dann nach Österreich entsprechend überweisen und in diesem ganzen System werden enorme Sicherheiten und so weiter da sind also enorm viel Bezahligste dabei. Die Idee ist jetzt, warum geht es denn nicht direkt? Also erstens, wir brauchen etwas Direktes, zweitens, es muss etwas sein, so dass nicht auf einmal das FBI auf der Matte steht und ist bei den Gold Lagerhäusern und kann die beschlagnahmen. Das war das Problem der E-Gold Limited, man konnte das Gold beschlagnahmen, weil das ja irgendwo in einem Lagerhaus lag. Drittens, das Ganze wenn man die einmal ganz allgemein verstanden hat, dann kann man diese 8500 Kryptowährung, die da gibt, anhand dieser vier Elemente überprüfen. Erstens, um ein Peer-to-Peer-Netzwerk aufzubauen, brauche ich einen sogenannten Distributed Ledger, also ein dezentral verteiltes Grundbuch. Was ist das? Es ist ein Grundbuch, wo die Transaktionen eingetragen werden. Dezentral verteilt heißt, diese Datei, die ist nicht zentral irgendwo gespeichert, sondern die ist auf verschiedenen Rechnern und wird synchronisiert. Und je mehr Rechnern diese Datei ist, je weniger ist es möglich, dadurch dieses Netzwerk stillzulegen, es sei denn, wenn es zentral ist. Zentral ist klar, ich ziehe einmal den Stecker, ist das Ganze aus, wenn ich es möglichst für einen Rechner habe, solange diese Datei auf einem Rechner ist, funktioniert das Ganze. Und das Ganze nennt sich eben Distributed Ledger. Und eine Möglichkeit, ein derartiges dezentral verteiltes Grundbuch zu redet immer fälschlich von Blockchain Technologie, das ist falsch, Blockchain ist eine Möglichkeit, die Kryptowährung IOTA funktioniert zum Beispiel nach einem gerichteten Graph und hat mit einer Blockchain nichts zu tun. Zweitens, ich muss natürlich klären, wer darf denn eigentlich etwas in dieses dezentral verteilte Grundbuch eintragen? Darf der Reinhard Kloschik überhaupt was da eintragen unter Norbert Hofer? Das heißt, ich brauche hier einen Konsensherstellungsmechanismus, dass wir und so fort und das heißt, alles das, was unter Cleving Settlement läuft, also Konsensherstellung, hat da eine Transaktion stattgefunden und ist die anschließend durch Zahlung abgewickelt werden, das benötigt, dafür brauche ich einen Algorithmus. Drittes Element, ich möchte natürlich nicht, wenn ich einen Blumenstrauß für Reinhards Frau, nicht vorhanden Frau, kaufe, dass die ganzen Nachbarn im Dorf da vom Reinhard mitbekommen, dass ich da einen Blumenstrauß gekauft habe und den bezahle, das heißt, ich benötige für ein derzeitiges System ein Anonymisierungs und Kryptografisches System, mit dem klar gemacht wird, ich kann anonym an den ganzen Teil nehmen, aber das Ganze ist trotzdem sicher, das kann man durch symmetrische oder asymmetrische Kryptografie hinbekommen, müssen wir auch nicht in die Einzelheiten gehen. So, und jetzt ist aber das Entscheidende, wer wird dafür bezahlt, das dezentrale Grundbuch zu führen, zweitens, wer wird dafür bezahlt, die Konsensherstellung durch den Algorithmus herzufällen, und drittens, wer wird dafür bezahlt, diese Anonymisierung und Kryptografie durchzuführen. Und wenn diejenigen und wenn diese Bezahlung dieser Leute durch staatliches Geld passiert, also sei das Euro etwas anderes, dann kann natürlich durch den Zugang zu diesem System der Stecker gezogen werden und das bedeutet, deshalb brauche ich eine eigene Rechnungseinheit. Und daher kommt jetzt die Idee eben mit Kryptowährungen und das meiste, was da bei diesen 8500 Sachen rumschwirrt, sind übrigens gar keine echten Peer-to-Peer Netzwerke, also Kryptowährungsnetzwerke, das sind Digital Coins, die erfüllen diese vier Elemente eigentlich also überhaupt nicht. Und eins ist natürlich auch klar, die Möglichkeit, diese vier Sachen jetzt auszugestalten, sind enorm. Und deshalb ist diese Technik auch wahnsinnig interessant, weil sie letztendlich nicht verboten werden kann und daher kommt die Angst vor dem Ganzen. So, dass diese Technik natürlich benutzt werden kann von Verbrechern und Kriminellen ist klar. Aber der ganz normale Briefumschlag, mit dem ich hier zu Hause irgendetwas wegschicke an andere, kann auch dafür missbraucht werden. Das bedeutet, wollen wir uns wirklich die Möglichkeiten, die diese neuen Techniken bietet, wollen wir die wirklich fallen lassen, weil uns hier Leute, die politische Interessen haben, und zwar politische Interessen, die bedeuten, wir wollen weiterhin das Geld manipulieren, weil wir den Leuten so einreden können, der Staatsanwalt ist billiger zu finanzieren, aber ihr zahlt das und Überschuldung, aber das sagen wir euch nicht, weil man das akzeptieren will. Nein, da mache ich nicht mit. Und ich meine, wir verzuhnen auch gerade in Europa eine wahnsinnige Chance, auch mit diesem bescheuerten Konzept des digitalen Euros a la EZB, weil China viel, viel weiter ist und weil wir überhaupt nicht verstehen, dass China gerade dabei ist, zu probieren, durch ihren digitalen Euro eine neue Weltwährungsordnung zu schaffen, die so aussehen könnte, dass ich von meinem heimischen Computer direkt chinesische Staatseinleihen kaufen kann, online, die drei Prozent verzint sind, was im Vergleich zur Minusverzinsung bei den Bundesanleihen ein enormes Problem ist. Also wir verspielen durch unser Festhalten an dysfunktionalen Systemen, an dieser Bestandssicherung, dieser Angst, Neues zuzulassen und Neues für Problemlösung zu nutzen, verspielen wir unsere Zukunft. Und da lasse ich dieses Argument, das kann ja auch vom Verbrecher missbraucht werden, ja, es kann missbraucht werden, das lasse ich als Generalverbot für diese Techniken nicht zu. Das würde bedeuten, dass wir Verbrecher überlassen würden, dass wir Zukunftstechnologien benutzen und das dürfen wir in einer freien Gesellschaft einfach nicht zulassen. So, jetzt mache ich erst mal eine Pause, jetzt sind die anderen dran. Herr Lehner. Okay, wir haben jetzt einige Punkte da aufgeschrieben. Das mit der Blockchain, da habe ich nur noch hinzuzufügen, also kann ich alles unterschreiben. Das gleiche Argument wird oft beim Bargel auch gebracht und da bin ich jetzt auch der ähnlicher Meinung, sollte man jetzt auch nicht verbieten, denke ich. Dann auch noch kurz, letzter Satz zur Zombifizierung dazu, das mit den Hilfen, ja, natürlich, das ist immer die Sache zwischen Trade-off, zwischen treffsichere Hilfen versus schnelle Hilfen. Es wird aber jetzt bereits von der EU, also es gibt bereits Vorschläge für Insolvenzrechtsreformen, die jetzt umgesetzt werden müssen, damit, die natürlich auch zu kritisieren sind, aber damit die Unternehmen sich schnell entschuldigen können. Also, die gute Nachricht ist, ich glaube, diese Zombifizierung ist durchaus am Radar und die Probleme sind durchaus bekannt. Das mit dem, was auch vorher von meinem Vorredner erwähnt wurde, dass ein Währungssystem grundsätzlich sehr, sehr lange aufrechterhalten werden kann, auch wenn es noch so unnachhaltig ist. Was da vielleicht auch als Leseempfehlung oder so gelten kann, ist Ray Dalio's Changing World Order. Der sagt auch eben, dass diese Schuldenzyklen circa so 70 bis 80 Jahre dauern. Das wäre jetzt langsam der Fall. Natürlich werden wir sehen, wie sich das dann schlussendlich verhält, aber das vielleicht so als keine Leseempfehlung. Und dann auch noch kurz zur Inflation. Die Inflation, das ist dieser Warenkorb, der da gemessen wird, ist eben immer ein Durchschnitt. Ich habe letztens nachgeschaut, ich glaube, die Mieten sind mir zu 5% gewichtet in Österreich, einfach weil der Großteil der Österreicher oder viele Österreicher im Eigentum wohnen und die zahlen da natürlich überhaupt keine Miete. Und es gibt auch Möglichkeiten, dass man sich die Inflation selbst berechnet für den eigenen persönlichen Warenkorb. Ich habe das einmal gemacht, da kommt bei mir auch eine ganze andere Inflationszahl raus. Weil es eben über den Durchschnitt gerechnet wird. Und bei der Vermögenspreisinflation, die wird natürlich von der EZB ignoriert. Das kommt einfach nicht rein in ihren Warenkorb. Und natürlich, und das ist auch vorher schon einmal gefallen, die Vermögenspreisinflation kann natürlich auch dazu führen, dass die Vermögensungleichheit steigt, was natürlich ein großes Problem darstellt. Allerdings Geldpolitik wirkt ja durch verschiedene Kanäle. Und die Vermögenspreisinflation ist eine davon, die die Ungleichheit durchaus, der klassische, der bekannte auch Hans-Ingel-Effekt, durchaus erhöhen kann. Aber auf der anderen Seite gibt es durchaus andere Kanäle, wo man sagen kann, okay, die Geldpolitik führt natürlich auch dazu, dass die Ungleichheit bis zum gewissen Grad reduziert werden kann. Natürlich, den schlusserlichen Effekt, den weiß man nicht. Und ich glaube, man kennt noch gar nicht alle Kanäle, durch die die Geldpolitik überhaupt wirkt. Also das schlusserlich abzuschätzen, ist enorm schwierig. Und ich weiß nicht, ob das jemals möglich sein wird. Aber grundsätzlich Vermögenspreisinflation ist natürlich nur ein Channel, ein Kanal, durch den das möglich ist. Ja, ich glaube, das waren jetzt alle Punkte. Wunderbar, danke, Frau Dozentin. Ja, nur ganz kurz, weil mir die Heike auch das Beispiel mit dem Bargeld schon genommen hat. Das wollte ich auch nämlich sagen, dass wenn wir uns nur die negativen Aspekte auspicken, dann müssen wir sehr viele Sachen verbieten. Aber vielleicht noch hier anzuschließen, dass es ja sehr wohl auch positive Anwendungen von Kryptowährungen gibt. Also da gibt es wirklich immer diesen, also von Kryptowährungen im Allgemeinen, da gibt es immer nur diese Nade, das ist nur ein Spekulationsobjekt und nichts mehr drüber. Das stimmt so auch nicht. Es gibt sehr viele, eben gerade in Entwicklungsländern, das wurde ja bereits schon heute angesprochen, für die Leute, die keinen Zugang zu anderen Finanzierungsmöglichkeiten haben, hat durchaus eine Variante. Nicht nur das, aber es wird zum Beispiel verwendet auch in autoritären Ländern dafür, dass die Menschen sich organisieren können und vielleicht Demonstrationen finanzieren können und sich sozusagen den Übermacht des Staates zu wehren. Das hat den Vorteil und das kann durchaus auch zu gutem Zweck verwendet werden. Und allgemein natürlich, jede Sache hat eine positive und negative Seite und wichtig ist es einfach eine Diskussion an beider Seiten beleuchtet. Und ich glaube, das war es eigentlich, weil das wollte ich einfach nur sagen, dass in dieser Diskussion, man soll die negativen Aspekte von BINCO natürlich nicht vergessen, aber durchaus positive auch vielleicht mehr betonen in der Diskussion drüber. Wir haben jetzt fast eineinhalb Stunden diskutiert, deswegen möchte ich zu einer Abschlussfrage kommen, die ich allen drei stellen möchte und das bitte dann auch gleichzeitig mit ihrer jeweiligen Schlussbemerkung zu verbinden. Wir haben die sogenannte Corona-Krise. Wir sehen in dieser Corona-Krise wie massiv Staaten eingreifen in die Wirtschaft durch die unterschiedlichsten Maßnahmen. Einige wurden auch bereits angesprochen. Würden Sie wagen, eine kurze Prognose oder ich würde Sie bitten, eine kurze Prognose abzugeben, wie weit wir diesen massiven oder doch sehr massiven Staatseinfluss wieder zurücktrennen können? Das ist eine eher politische Frage oder ob das tatsächlich die Gefahr birgt, dass wir in eine neue Art Sozialismus ohne Stalin mit Stiefel und Bart hineinwachsen, sondern in eine Art Wohlfühltotalitarismus, wo der Staat de facto vorgibt, auch wenn es nicht so schlimm ist wie in China. Norbert, darf ich dich wieder als erstes bitten? Das Problem, mit dem wir zurzeit konfrontiert sind, besteht darin, dass die ökonomischen und politischen Problemverschleppungen seit der Finanzkrise nicht nur nicht gelöst wurden, sondern jetzt durch die Corona-Krise noch überboten werden. Diese Problemverschleppung hat zu Polarisierung in unseren Gesellschaften geführt. Und Polarisierung ist nicht nur ein Problem in den USA. Die USA sind nur zehn Jahre weiter als wir. Das heißt, wir haben es mit einer politischen Polarisierung durch Problemversteckung zu tun. Wir haben eben darüber gesprochen, dass wir in den Ländern der Europäischen Union oder in Europa keine politischen Mehrheiten haben, die diese Problemverschleppungen direkt angehen wollen. Das bedeutet, meine Prognose ist eher negativ. Ich befürchte, dass das, was wir in den USA in den letzten Wochen gesehen haben, oder was wir zurzeit sehen, dass da immer noch die Trump-Anhänger meinen, Trump hat die Wahl gewonnen, was natürlich dann bedeutet, dass man in den USA nicht zu parteiübergreifenden Lösungen kommt, die brauche ich in einem System wie den USA, aber um Strukturreformen durchzuführen, und wenn sich die Parteien dort einmauern, dann geht diese Problemversteckung dort weiter, dass dieses Problem sich auch in Europa verfestigt und immer größer wird. Wir sehen das eben an den rechten und identitären Bewegungen, die überall wachsen und die diese Probleme auch nicht angehen. Also meine Einschätzung ist da eher negativ, die Wahrscheinlichkeit, dass das schlechter werden wird, dass die politische Krise größer werden wird, ist wahnsinnig groß, aber umso wichtiger ist es, dass wir nicht verzagen und trotzdem immer wieder Möglichkeiten dieser Problemverschleppung in die Öffentlichkeit bringen. Und darum bin ich auch Karl von Habsburg so dankbar, dass er seinen 60. Geburtstag zum Anlass genommen hat, einen derartigen konkreten Vorschlag in die Öffentlichkeit zu bringen und den wir verbreitern müssen, weil ja immer gesagt wird, es gibt keine Alternativen zu der derzeitigen Politik, was schlicht und ergreifend falsch ist. Wir müssen uns aber auch trauen, das Ganze entsprechend zu gehen, aber wahrscheinlich ist, glaube ich, dass es eher noch schlechter werden wird. Meine Hoffnung ist jedoch die, dass genau aus diesem schlechter werden vielleicht doch mehr und mehr vernünftige Kräfte und nicht nur die Kräfte, die Krawall wollen, Polarisierung wollen, die 12% bei Wahlen kriegen und dann behaupten, sie würden die Mehrheit des deutschen Volkes repräsentieren und die dann gerade nach Moskau reisen, bei Herrn Putin in Kotau machen und sich wahrscheinlich heute mit Sputnik 5 impfen lassen. Wenn diese Leute stärker werden, dann werden wir unsere Probleme sicherlich nicht lösen. Das müssen vernünftige Leute machen und da habe ich doch die Hoffnung, dass da, wo Gefahr ist, das Rettende auch wächst und meine, wir müssen auf jeden Fall im Sinne von Heinrich Heine hier weiter trommeln nach dem Motto Schlage die Trommel und fürchte dich nicht und küsse die Marketenten drin. Und in dem Sinne haben wir viel zu tun und sollten anfangen zu trommeln. Danke Norbert, Frau Lena. Also mich auch ein bisschen auf meine Vorrede auch nochmal zu beziehen, also grundsätzlich denke ich schon, also die Krise hätte irgendwie nicht zu einem unpassenderen Zeitpunkt gerade in der EU kommen sollen, auch jetzt in Bezug auf die Geldpolitik. Die Fed war jetzt schon langsam dabei zu normalisieren, währenddessen die EZB noch immer in ihren Niedrigzinsen zu kämpfen gehabt hat. Also grundsätzlich war ich bis vor kurzem noch relativ negativ gestimmt und relativ pessimistisch, weil ich durchaus gesehen habe, dass die Staatsverschuldung so hoch ist, die Geldpolitik weiß nicht mehr weiter. Man hat auch gesehen, dass es in der EU große Probleme zum Beispiel mit der Impfbeschaffung und mit den ganzen Problemen, die da anstanden sind, zu kämpfen gehabt hat. Also da war ich durchaus relativ pessimistisch. Allerdings denke ich mittlerweile dass es durchaus, auch wenn es natürlich Tendenzen dazu gibt, dass all diese Staatseingriffe irgendwie längerfristig ein Problem sein werden, denke ich durchaus, dass sie zumindest, wenn jetzt langsam wieder Normalität ein ein Einkehr hat dann glaube ich durchaus, dass es wieder zu einer Normalität zurückkommen kann, insbesondere wenn jetzt die Impfung und die Testungen und alles weitergeführt werden, aber ich gebe durchaus recht, diese Tendenzen, die sieht man schon, aber ich glaube, dass sie jetzt, wenn wieder Normalität anherrschen, wieder rückläufig sein werden. Frau Dozentin. Ja, vielen Dank. Wie ich das sehe, haben wir mit zwei gegenseitigen Kräften zu tun. Einerseits erstens hat die Corona-Krise eben die Finanzen so auf den Kopf gestellt, dass es einen massiven Staatsangriff gewissermaßen notwendig gemacht hat und das haben einige Leute zum Anlass genommen, das so zu interpretieren, dass es jetzt mal in jeder Situation und immer gut ist, staatlich anzugreifen beziehungsweise den ganzen Diskurs so zu drehen, naja, selbst die liberalen Ökonomen sind jetzt für einen Staatsangriff, das heißt, es ist jetzt alles möglich und alles gut und den Teil vergessen, dass eigentlich liberale Ökonomen haben schon immer gesagt, dass es manchmal ein Staatsangriff notwendig ist, nur halt nicht immer und das ist sozusagen die eine Tendenz zur weiteren Verstaatlichung, das wird noch gefeuert dadurch, dass man sucht nach Finanzierungsfällen wieder die Haushalte zu konsolidieren, man redet von Vermögensabgaben zum Beispiel, ich glaube zwar nicht, dass sie jetzt mehrheitsfähig sind, aber es ist jedenfalls ein bisschen prominenter worden in der wirtschaftspolitischen Diskussion einfach der Finanzierung des Staates durch Neustauern. Das ist einmal die eine Seite und die andere Seite wirkt aber dagegen in dem, was die Heike auch bereits gesagt hat, dass ich glaube, das müsste eigentlich jedem klar sein, dass das Staatsversagen an vielen Linien passierte, auch bei Impsbeschaffung, aber bei Organisation gewisse Sachen und sozusagen das müsste eigentlich logischerweise eine logische Schlussfolgerung daraus erfolgen, dass wir nicht mehr Staatsangriffe brauchen, denn wir jetzt schon sehen, dass obwohl wir relativ ausgebauten Apparat haben und so weiter, es halt nicht immer zu optimalen Ergebnissen führt und ich bin nicht sicher, welcher dieser zwei Kräfte sich jetzt durchsetzt, deswegen, ich wage mir da keine Prognose, aber ich glaube, dass einer von den beiden Aspekten werden wir wahrscheinlich jetzt nur mal in den letzten Jahren beobachten. Ich bin moderat pessimistisch, ich glaube nicht, dass man wahrscheinlich schnell wieder vergessen, dass Staatsversagen und die Steuern sich fokussieren, aber das ist jetzt einmal keine Prognose an sich und da mag ich lieber abwarten. Damit ist es an mir am Ende einer doch spannenden, glaube ich, Diskussion herzlichen Dank zu sagen an alle Teilnehmer. Es waren knapp über 50 Teilnehmer angemeldet für die Diskussion, es waren knapp über 40 dabei, es haben 37 durchgehalten, ich denke, das ist für eine doch in Teilen sehr technisch Fachsbetrieb ist eine Diskussion ein Schnitt, auf den wir durchaus stolz sein können. Wir haben auch vor, das Video mit der Diskussion auf unseren YouTube-Kanal zu stellen. Ich habe zu Beginn angekündigt, dass es mehrere weitere Veranstaltungen geben wird, in denen Aspekte dieser Rede zur Zukunft Europas diskutiert werden. Die nächste, wo der Termin bereits feststeht, ist am 14. April, das wird dann in englischer Sprache sein und ist auch eine Kooperation mit mehreren Pan-Europa-Organisationen aus Österreich, Slowenien, Bulgarien und Montenegro, 14. April. Ja, ich sage danke, danke auch Norbert Tofal, danke Frau Lehner, danke Monika Köpple-Turiner für ihre Zeit, dass sie zugesagt haben, beziehungsweise eingesprungen sind und ich wünsche allen einen wunderschönen Abend. Auf Wiederschauen. Vielen Dank, Wiederschauen. Vielen Dank. Schönen Abend noch. Servus Paul. Ciao. Servus Paul. Servus Paul.